Ja, alles nervös. Was geht, Alter? Wir malen heute Mandala aus. Wir malen heute Mandala aus, Alter. Wir haben die Buntstifte so, ne? Wir haben gleich so ein bisschen Papier und dann malt jeder sein eigenes Mandala. Und der, der am schlechtesten ist, muss sich alle auf seinen Ball tätowieren lassen. Alles Gute, wir sind Mob-Gang. Uns ist wieder Langweil mit. Wir haben einen neuen. Wir spielen fünf Spiele heute. Das erste Spiel, das wir spielen, heißt Face the Cookie. Die Regeln sind super einfach. Ein Cookie auf die Stirn. Und nur mit dem Gesicht in den Mund. Wer in einer Minute die meisten Cookies in den Mund gepackt hat, der gewinnt. Okay, ich kann verloren. Warte, Alter. Ja, let's go. Seid ihr ready? Ja. Drei, zwei, eins, go. Ach. Guck. Leider geht's. Du Ball rein. Ich bin ein Pirat. Nein, schau doch raus! Warte, warte. Du musst dich flippen lassen. Ah! Ja! Nicht allein, nee! Nein! Fuck! Ich bin sinnvoll, der Kieran, Alter! Scheiße, Alter! Nein! Kekse, Alter! Kekse, ein gutes Boden, Alter! Okay. Ich saug das nicht auf. Doch! Ja, komm! Fuck, Alter! Mund auf! Ja! So, los! Drei, drei, zwei, eins! Stopp! Scheiße, Alter! Wollt ihr euch noch küssen oder so? Nein, nein! Nein! Drei, zwei, eins, los! Ah! Verdammt! Verdammt! Ah! Mund auf! Mund auf! Ah! Ah! Ich hab voll... Drei, zwei, eins, los! Ah! 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 Noch 10 Sekunden! Tschüss! Ah! Nice! Let's go over! Digga, du... Alta... Drei, zwei, zwei... Drei! Drei. Drei, zwei, drei! Drei! Ah! Alter, ich schwöre, ich kann es einfach. Ich bin doch der dickere Mann. Das hab ich mir auch gedacht. Was hast du gelernt? Nummer 2, komm mal. Wenn du den Schatz in den Becken breit zu kriegen... Naja, der liegt doch noch da. Ich hab voll ins Haar noch. Das was sie sagt. Das war 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2... Was machst du da? Ich hab's versucht zu fangen. Okay, lass los. Die Spielregeln für das Spiel sind ganz einfach. Wir haben da hinten diesen Stuhl mit dem Gummiband. Und wir müssen diese Papierdinger auf den Tisch flicken. Das ist halt a minute to win it. Jeder von uns hat eine Minute Zeit, die meisten Dinger hier zu sammeln. 10 Punkte, 10 Punkte, 20 Punkte. In diesem Feld. Also in dem mittleren Feld 20 Punkte, vorne und hinten jeweils 10 Punkte. Wer nach einer Minute die meisten Punkte hat, gewinnt. Das ist gut. Willst du gucken? Ich stehe das mit Papier vielleicht noch? Ja. Das ist scheißegal, gar nicht. Okay, du als Erster. Nee! So, das ist jetzt los. Ready? Okay, 3, 2, 1, los. Und so, wie geht's euch? Komm jetzt. Ja, das geht um die Zeit. Du musst das schnell machen. Ja. Aber jetzt ist das erste. 10 Punkte. Sehr gut. Ja. Ab. 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 nuestras Hände. Ab. Ab. Und dann gehst du raus. 1, 2, 1, los. 1, 2, 1, los. Achtung. Ja. Neul. Neul. Einfach nein. Sorry, Bro! Was für euch? Kommt ihr den? Neul. Nein! Oh, das ist hier. 10! 3! Oh, aber! Oh, oh, oh! 3, 2, 1, 3! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Wieso ist das so am Ende, du scheißt? Scheiße, wenn nur noch einmal einer sagt, ist es ein Scheiß! Ich weiß echt nicht, Runde! Oh, shit! Junge! Ich habe das Gefühl, du musst es spielen! Ich fand dich ja im Papen dran! Das war doch noch zu viel gesagt! Ja! Hey! Wir sind weniger vorhaben, Junge! Junge, guck mal! 3! 4! 3! 2! 1! Auf, weiter! Ja! Du! Na, ***! Doch, du hast es jetzt sehen! Ich hätte es jetzt sehen können! Fertig! 3! 2! 1! 4! 2! Wenig! 8! Die 2! Das ist doch so! Ja! Das ist auch so, was ich bringe! 6! 1! So, ich sage mal, ich occassive ihn war, das pissig! 3! Ich denke, haben wir drei rum. Ha! Pfff! Ach, zwei. Die richtige Bordeleine. Das sieht doch noch schön aus. Zwei. Haben Sie noch 10 Minuten? Nein. Zwei. Zwei. Stopp! Juhu! Oh mein Gott. Komm, den Malikor. Ja! Hi! 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 Ja, ich bin noch nicht. Nein! Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Wir haben noch nicht mehr, wir kommen jetzt. Three, two, one! Nein, nein, das geht nicht. Oho! 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 Ah oh Untertitelung des ZDF, 2020